Hallo, wir sind's wieder, der liebe Paul und die liebe Antonia. Ja, heute spiele ich im Einzelspieler Minecraft LP. Part 2. Yes. Unser erster Part ist vor 5 Minuten online gekommen und wir nehmen gleich schon einen neuen auf. Aber ja gut. Und es regnet. Ich glaube, dass mein Kumpel uns irgendetwas sagen, das ist nicht der richtige Zeugpunkt. Ja, aber wir stellen uns einfach mal unter einem Baum. Und Paul ist im letzten Part gestorben und ich pause hier mal kurz. Nein, ja, der Server hat uns einfach rausgeschmissen. Ja, wir sind in der Welt. Und dann wird's heruntergeladen und... Sorry, am Anfang geht's... Am Anfang backt's immer. Ja, und dann fliegt man auch manchmal raus. Ja, Leute, wir haben Hunger, aber wir können nichts essen, da Paul unser Essen verdattelt hat. Weil er gestorben ist. Aber das war nicht seine Schuld. Und wir essen... Und wir essen... Bitte, Leute, esst dieses Fleisch nicht. Echt, Leute? Esst nie... Ich habe 6 gegen 1. Ja, 6 gegen 1. Und das war's. 2 Creeper, 2 Skelette und 2 Spinnen. Ja. Das ist echt doof. So, jetzt haben wir schon 4 Holz. 5 Holz. Und wir gehen kurz zum Crafting Bank. Und wir machen uns mal schnell Eichenholz. Wie gesagt, die Toni kennt sich nicht aus. Nee, ich habe nämlich... Wir nehmen mal so 8 Stöcke. Willst du nur Crafting Label? Nee. Ich will ja auch Waffen, aber Crafting Label weiß ich, wie man macht. So, wir machen uns jetzt mal Waffen. Waffen. Geile, geile Waffen wie Emily. Oh, nein. Oh, ein Apfel können wir gut gebrauchen für Gold. Und, ähm, verstimmt's, mein lieber Paulo? Ja. Oh, ja. Weil wir brauchen einen Baum zum Unterstellen. Oder? Liebe Tonis? Nee, nein. Toni, setzt doch einfach jetzt mal die Crafting Bench hin. Ja, mach ich doch gerade. Wollte ich doch gerade machen. Und jetzt machen wir uns erstmal eine Pickaxe. Und ein Schwert machen wir uns dann auch. Nee, einer muss davon weg. Und jetzt das letzte Werkzeug, was wir machen müssen. Natürlich eine Schaufel. Schaufel! Gut, gut. Und E. Ja, die bauen wir jetzt ab. Denn wir wollen sie natürlich mitnehmen. Sehr praktisch. Wir nehmen schon vier Minuten auf, sehe ich gerade. Nicht sehr viel, aber ja. Und Leute, damit es sich erwähnen, ihr müsst die, ihr müsst Folge 1 leiten. Ja, weil Paul gestorben ist. Ja, weil Paul gestorben ist. Ja, und ich muss jetzt alles neu machen. Nein, ich will nicht ins Inventar. Und es klingelt. Ich pausier. Ja, Paul ist rangegangen. Es ist die liebe Elisabeth. The best friend for Emily. Hey, einen Moment. Ich pausier mal. Ja, Leute. Das war die Freundin von der Schwester von Paul. Und wir bauen gerade mal wieder Holz ab. Und zerstören damit unseren Unterschlupf. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir hier Schafe finden. Du mit deinen Schafen. Wir brauchen ein Bett. Ich habe keine Lust mehr. Was? Nein, nein. Ich habe also schon Lust zu spielen, aber ich habe keine Lust mehr auf Zombies. Denn Zombies nerven. Aber richtig nerven die. Ja, es sieht aus, als ob es Nacht wird. Wird es aber nicht, denn es regnet nur. Aber ja, was sollen wir eigentlich noch machen? Was wir noch vorhaben, unbedingt ist, in der Mine gehen. Ja, aber wir waren doch letzten Part in der Mine schon. Aber wir sind gestorben. Ja. Von daher müssen wir in der Mine. Ja, wir... Oh, Tintenfisch. Tintenfische sind nett. Ich weiß, aber trotzdem will ich den schlagen. Mal gucken. Und droppt der irgendwas? Ja. Was denn? Ähm, ja, schwarze Farbe. Oh, geil. Aber, ich will das grad... Also, gerade ist es schlecht. Nein! Nein! Oh, es schneit. Wir sind gerade in einem Schneesturm. Yes. Jetzt sehen wir bewaffnet aus mit einem Schwert. Aber ich glaube, wir nehmen unsere Pickaxe. Weil wir müssen noch Steine abbauen. Wir brauchen bessere Waffen. Oh, Schneesturm und Regen. Gar nichts Gutes. Das stimmt, liebe Toni. Hey, jetzt hab ich immerhin mehr Erfahrung damit. Ähm, ja, ich brauch mal kurz... ...unser Liebeschaufel. Und wir graben uns einfach mal runter zum Stein, würde ich sagen. Aber vorher... ...ähm, sammeln wir noch ein bisschen Erde, damit wir später wieder hochkommen. So, das würde ich sagen, reicht. Aber hier noch ein bisschen Erde. Und wir graben uns runter. Und hier ist ja schon was. Stein. Wir lieben es. Ähm, warum bist du gestorben, ey? In unserem ersten Let's Play ist er gestorben. Ich nehme jetzt einfach mal Eichenholz zum Hochgraben. Weil, ich finde, Eichenholz kann man sich immer wieder craften. Und, warte, wir können eigentlich schon hierbleiben. Sam? Wo kommt das Telefon hin? Unten, auf der Garderobe. Ja, Emily ist gerade hier. Sorry, Leute. Falls ihr uns jetzt zuspendet. Ey, wer redet da die ganze Zeit im Hintergrund? Oh, wir haben Hunger. Sollen wir unseren Apfel essen? Es den Apfel! Ja, weil sonst hätten wir ihn für den goldenen Apfel gebrauchen können. Ja, dann würde ich sagen, da wir Hunger haben, sammeln wir Tiere und wir nehmen acht Minuten auf. Äh, dass wir wissen. Ja, wir müssen auch gleich beenden, da mein Akku schon wieder rumspinnt. Aber, aber, aber. Da ist ein Schwein. Warte. Äh, Toni, das ist ein Video. Äh, nee. Ja, 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 ja. Aber das sehen die nicht. So, schnell, schnell, schnell. Oh, wir haben Level X hier. Zack, 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 zack. So, sorry, das war ein Tier. Und wir kriegen wieder Leben. Da war eben Schwein. Komm her. Nein, braves Schwein, du bleibst bei uns. Nein, dass wir dich töten können. Und er hat drei Rohfleischchen getroffen. Ich hab voll Angst zu sterben. Warte, es wird nacht. Ich nehme mal unser Schwert in die Hand. Hand, Hand. Toni, Bälle. Warte, ich beende gleich. Darf ich's beenden? Warum soll ich's beenden? Warum soll ich beenden? Weil wir nur noch vier ab waren. Ja, egal. Geht schon. Ja, wir beenden bei so, würde ich sagen, elf Minuten. Haben wir auch bei dir auch gemacht. Ja, elf Minuten wird unser Hauptding. Ja. Zehn Minuten hast du bei mir. Spielen wir auf Easy? Ja. Ja, ach. Aber nächster Peaceful. Ja, aber es droppen irgendwie keine Monster. So, jetzt müssen wir aufhören. Ich will einen Monster töten. Aber egal. Wenn unser Akku geladen ist, nehmen wir den dritten Part ab. Goodbye, Leute. Wir müssen das ja immerhin noch hören. Ciao. Ciao. Ciao.